Heute wissen wir sehr gut, dass ca. 2-3 der Bevölkerung in den Zentrum Rheinland leben. Die Zentren in der Schweiz wachsen, es gibt eine ständige Verstädterung, es wachsen die Grenzen zusammen. Wir sprechen heute vom Metropolitanraum Zürich, wo auch Winterthur inbegriffen ist. Wir haben eine Entwicklung wie in der ganzen Schweiz, jährlich 2-4% mehr Verkehr. Bülach hat auch alles, was eine grössere Stadt hat, einfach im kleineren Rahmen. Zunehmende Verkehr, Lärm, Abfall ist immer ein grosses Thema. Das Zürich-Biet ist eine ländliche Region, eine Grenzregion. Vor 10-15 Jahren war am Abend meistens Ruhe und das hat sich massiv geändert. Die Urbanisation ist visibel. Was viel weniger visibel in der Entwicklung der Gesellschaft ist, ist die Multikulturalität. Vor 30 Jahren war Zürich wirklich eine lokale Stadt. Und heute ist Zürich natürlich eine internationale Metropole mit über 170 Nationen, die hier in der Stadt wohnen. Eine Stadt gleicht wirklich an einem Labor. Man hat immer wieder neue Gesellschaftsformen, man hat immer wieder neue Sicherheitsbedürfnisse. Die Dauerzahl in einer Stadt ist immer höher als auf dem Land. Deswegen ist es spannend in der Stadtpolizei zu sein. Wir sind die Vereinigung der Stadtpolizei der Schweiz. Wir sind in unterschiedlichen Ländern, mit immer gleichen Problemen. Man muss nicht immer das Rad selber in der Stadt neu erfinden, sondern man kann manchmal auch gute Beispiele anschauen und vielleicht auch übernehmen. Die Vernetzung mit der Kantonspolizei ist absolut notwendig. Sonst macht die Stadtpolizei keinen Sinn. Das hat sich bei uns jetzt gerade im Kanton Graubünden als der Kantonspolizei, die Stadtpolizei absolut bewährt. Gegenseitige Unterstützung. Wir haben gemeinsame Aus- und Weiterbildungen. Synergie bei der Beschaffung von Einsatzmitteln und Ausrüstung. Und wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, dann ist das duale System sehr gut. Der Vorteil ist der unmittelbare direkte Bezug, den wir haben. Das Problem des quartieres Lugano ist nicht das Problem des quartieres Locarno, oder vielleicht nicht das Problem des quartieres Bellinzona. Es ist also wichtig, dass eine eigene Polizist, die sich in der Nähe erfunden hat. Es ist wirklich wichtig, dass man einen direkten Draht hat zur Bevölkerung. Das ist schon eine der Stärken, die die kommunale Polizei haben und müssen pflegen. Die Jugendpolizei im Zurzibiet, da geht es vor allem darum, Kontakt zu knüpfen. Um zu zeigen, dass Polizisten eben auch Menschen sind und dass uns die Jugend interessiert. Es gibt eine ganz andere Kommunikationsebene. Und das ist ja heute eigentlich das Wichtigste, dass man mit den Jugendlichen kommunizieren kann. Die heutige Jugend ist die Kundschaft von morgen. Und sind unsere Arbeitgeber von morgen. Wir dürfen das nie vergessen. Unsere Polizei ist mit der Stadt so vernetzt, dass man einander kennt. Winterthur ist eine Velostadt. Die Bikepolizei übernimmt eigentlich gerade den ganzen Charakter des Stadttals. Die fahren dort durch, die man mit einer Streife nicht kann. Die sitzen nicht im Auto, sondern man kann ihnen zurufen. Kommt hierher. Es ist schon die Nähe zu der Bevölkerung, und zwar zu allen Bevölkerungsschichten, die es bei einer Kommunalpolizei ausmacht. Eine Flüchtlings- und Asylkoordination kam auf mich zu und sagte, ich habe Probleme mit meinen Leuten. Die können nicht Fahrrad fahren, die verunfallen ständig, fallen um. Und die Velos sind in einem miserablen Zustand. Für mich war dann klar, dass wir hier etwas zusammen machen. Das zeigt die Stärke der Kommunalpolizei, dadurch, dass man einen ganz kurzen Weg ging. Als ich von dieser Sache erfahren habe, war das eigentlich in zwei Wochen ein Gesetz. Der Stadtpolizei ist wirklich der allrounder Job. Also der muss mit allen Situationen umgehen können. Wir sind mit Quartierpolizistinnen und Quartierpolizisten in unseren Quartieren draussen. Sie retten auch bei uns, wenn es sein muss. Wir sind aber auch bereit, um grosse internationale Veranstaltungen, wie das Street Parade, das Zürichfest, zu handeln. Das sind Herausforderungen, die enorm sind. Crowdmanagement, Spezialwissen, Terrorabwehr, Spezialeinheiten, Spezialwissen. Die ganze Bandbreite, das macht es eben aus, was die Stadtpolizei so interessant macht. Das Grundziel ist, dass jeder an ein Fussballspiel gehen kann, dort eine Freude hat und auch wieder gesund nach Hause kommt. 2008 hatten wir einen grossen ODE-Einsatz. Wir haben gemerkt, gerade nach diesen Aufschritten, dass es wichtig ist, dass wir auch einen Rat haben zu den Fans direkt. Unser Lösungsansatz war, dass wir den Dialog gesucht haben. Und zwar mit all den Players, die involviert sind. Das beginnt beim FCA, das beginnt bei den Fans an, bei Fanarbeit, Dachverband. Es ist wichtig, dass man versteht, wie der andere Partner tickt und dann eben auch in kritischen Situationen vielleicht eher einen Dialog wiederfindet. Einer der wichtigsten Challenges und Herausforderungen der Zukunft ist sicher der Umgang im öffentlichen Raum. Wir haben auf der einen Seite Anwohner, die gerne schlafen würden, auch am Wochenende mal ein paar ruhige Stunden haben. Auf der anderen Seite Gastwirt, die wollen ihr Geschäft machen. Wir haben mit den Partnern gedacht, wie wir mit der Bevölkerung besser interagieren als mit der Proximität mit der Polizei. Und also, seit 2014, haben wir 19 Mediateure Nocturne, die am Wochenende und am Wochenende arbeiten. Das sind Leute, die die Straße familiarisieren. Sie sind immer in Kontakt mit der Polizei. Aber, wenn ihr wollt, das ist nicht die Polizei armiert. Heute ist die Kommunikation enorm wichtig. Die Welt wird komplexer und somit wird auch die Polizeiarbeit viel anforderungsreicher. Es gibt so viele Interessen, Konflikte, wir müssen auf alles eine Antwort haben. Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis, aber auch Durchsetzungsvermögen selbstverständlich. Die Polizei ist eine grosse Part. Es muss sagen, es muss sagen, es ist eine grosse Part soziale. Das Schönste am Polizeiberuf ist der Umgang mit Menschen. Die Nähe, dass man mit einem Bürger arbeiten, mit einem Bauern, mit einem Metzger, wenn man Menschen gerne hat, dann ist das der richtige Job. Wir wissen, dass wir arbeiten für unsere Bürgerinnen, für die Sicherheit und insbesondere für die Liebe dieser Stadt. Und das macht uns bereits glücklich. Das ist wirklich eine fantastische Probe.